Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Neueste Umfragen zeigen, dass 75% der Bevölkerung das Projekt GOP NaturaBeef kennen. Und nach eigenen Angaben kaufen 40% der Konsumentinnen und Konsumenten mindestens einmal pro Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion ein. Besondere Aktualität hat in der Zwischenzeit das GOP NaturaBeef bekommen. Das Schweizer Fleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Kälber wachsen natürlich auf und bleiben bis zum Alter von 10 Monaten bei ihren Müttern. Auch die Ernährung ist natürlich. Zuerst Muttermilch, dann Gras und Heu. Eingestreute Liegeplätze im Stahl sind Vorschriften und der tägliche Auslauf auf die Weide ist obligatorisch. Auch heute sind Tierhaltung und Aufzucht im Einklang mit der Natur noch aussergewöhnlich. Wir setzen darum auf strenge Kontrolle von der Schweizerischen Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter. Mit regelmässigen Kontrollbesüch sorgen wir dafür, dass unsere Vorschriften genau eingehalten werden und dass die Qualität immer gleich hoch bleibt. Zudem stellen wir für jedes Kalb ein Zertifikat aus, das bestätigt, wie es aufgezogen worden ist. Fred Arribot will zum Thema Kontrolle und Sicherheit. Auch zum Thema Qualität jetzt die Aussage eines Fachmanns. Wir Kot-Metzger stellen fest, dass Natura-Beef besonders zart und saftig ist. Eigenschaften, die sich auszahlen, nicht zuletzt durch eine kürzere Kochzeit. Probieren Sie doch selber mal aus, wie problemlos Sie mit dem Natura-Beef in der Küche umgehen können. Verlangen Sie also bei Ihrem Kot-Metzger Natura-Beef. Es erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an Qualität aus artgerechter Tierhaltung. Jetzt ist Natura-Beef saison. So erkennen Sie es im Laden und spätestens zu Hause merken Sie den Unterschied beim Essen. Neu in unseren Läden ist jetzt übrigens Goop Naturaplan Milchtrink erhältlich. Eine teilentramte Milch, die nach der Richtlinie des VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, hergestellt wird. Neben der Vollmilch kommen jetzt also auch die in den Genuss einer Bio-Milch, die wollen oder müssen auf die Kalorien schauen. Goop Naturaplan Milch offerieren wir Ihnen im ökologisch sinnvolleren Schlauchbeutel. Und im Markenfenster geht es jetzt weiter mit einem Produkt, das auch viel mit Natur zu tun hat. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. Zum Beispiel die Kombischränke in Schweizer Qualität, zweitürige in Vanille, Schwarz oder Weiss, im Buchen- oder Kieferendekor für nur 335 Franken. Noch mehr Platz bieten unsere dreitürigen Kombischränke für 395 Franken. Alle Schränke sind mit Kleiderstangen, Tablar und Schubladen ausgerüstet. Und ein Spiegelset dazu gibt es für 55 Franken. In allen Goop-Top-Tipp-Ausstellungen finden Sie jetzt übrigens den Metallklappstuhl in verschiedenen Farben zum Preis von 29 Franken. Auch in den Goop-Läden können Sie morgen wieder günstig einkaufen. Hier ein paar Beispiele. Die Raclette-Saison eröffnen wir mit einem entsprechenden Angebot. Schweizer Raclette-Käs Raclette am Block kostet per Kilo 13,90. Und Jakobs Caffee Medaille d'Or im Duopack 12,40. Fixes, Windeln, Ultraday und Extraglas in den grössenen Midi- bis Junior gibt es als 3 für 2, 22 Franken günstiger. Ausserdem offerieren wir in der Textar-Jagge für Kids für 45 Franken und für Juniors für 49 Franken. 18 Franken kosten entsprechende Jeans für Kids, respektive 20 für Juniors. Und hier noch der Preisabschlag. Ein Liter Mondial-Orangen-Nektar kostet ab sofort nur noch 1,50. Im Goop-Restaurant ist man ganz auf Bio eingestellt. Der Natura-Plant-Teller, alles kommt aus biologischem Anbau, kostet trotzdem nicht mehr als 8,50. Mit diesen erfreulichen Aussichten bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Auf Wiedersehen. Das war es ein Leben. Das wuler'sines Covid-19 das in derioure Schönraum machtasaki. Und hier noch immer zurück. Das war es die erste Hälfte.